So, eine wunderschöne Linus-Hauptmannschaft. Wir sind wieder zurück in Monster Hunter und wir haben es geschafft, die 30 zu erreichen. Das heißt, wir können gleich die neue Quest annehmen. Mal gucken, was es gibt. Oh nö. Die Alm-Mutter schon wieder. Na dann. Machen wir sie mal platt. Kann ja nicht so schwer sein. Hust. Hust. Na dann. Aber guck mal, ob wir nicht jemanden finden, der da schon drin ist. Nimm Glück. Mehr Loot. Nice. Und wir haben es sogar gekriegt. Jetzt bin ich am überlegen. Ah, doch. Ich glaube, habe ich es. Erstmal müssen wir das hier machen. Denn aufs Maul. Und jetzt kann es losgehen. Oh, bitte. Lass jemand da drin schon sein. Vielleicht können wir sogar abstauben. Mäh, 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 mäh. Nice one. Vielleicht mal losgehen. Ach, guck mal hier. Die sind ganz frisch. Haben gerade erst angefangen. Was zum Einsammeln? Nee. Okay, dann mal los. Wir sind erst seit ein paar Minuten drin. Komme ich genau richtig? Ach du Scheiße. Ich komme überhaupt nicht genau richtig. Scheiße. Am Arsch. Am Arsch. Da kommt was an. Aber ich habe was zum Schmeißen gefunden. Da, hier. Ich hätte glaube ich Blitz nehmen sollen, oder? Anti-Lehm und Blitz. Alter, macht die Schaden. Oh, ein Asiat ist beigetreten. Perfekt. Wie gesagt, die sind richtig gut Gamer. Die können was. Die können was. Nope. Nope. Oh, ich kann da was einsammeln. Wait a minute. Hier. Friss. Oh, guck mal hier. Ich hoffe, Grandpa kann mit diesem arbeiten. Kann man sich mal gönnen. Das war ungünstig. Bleib mal kurz so. Bleib mal kurz so. Nein. Na. Oh, Mist. Oh. Au. Komm, 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 komm. Mmh. Hm. Mh. Schön Ding. Malzeno gesichtet. Wait a minute. What? Äh. Hahaha. Hallo. Ja. really oder normal sehen ich fasse es nicht los angriff komm ist da mal sehen macht sie fertig er schafft mal sehen oder das weiß nicht ich glaube schon müssen wir jetzt mit beide gleichzeitig kämpfen really er ist abgehauen nach kacke zu langsam dupdup verkacktes teil und wieder zurück guck mal der andere sauwitz hätte vielleicht einen schutz trinken sollen machen wir schnell dass wir ein bisschen weniger schaden kriegen muskler herladen ach scheiab der Ah What Okay, ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Gleich nochmal testen. Die Katzen sind zurück. Ah, das machen wir erst. Das nehmen wir mit. Gibt es hier was? Nö. Mitnehmen. Äh, zack. Katzen sind zurück. Oh, nice. Und das hier. Perfekt. Und wir schicken die... Können ja mal gucken. Äh, gab es nicht so Sonderdinger? Ist gerade nicht aktiv, oder? Schade. Nehmen wir das hier, weil das glänzt. Zack. Und Abfahrt. Katzen und Hunde. Okay. Denn nehmen wir... Wir nehmen Heilung. Aber nicht mit den Hüpfenden, oder? Nee, ohne Hüpfend. Da ist die Chance zu gering. Und möchten auch keine Tickets benutzen. Und ich glaube, ich nehme... Blitzwiderstand mit. Für den... Habe ich Blitz? Donner. Schönen Donnerabwehr. Dann passt das. Kommen denn nicht so viel Donnerschaden. Und kriege allgemeine Verteidigung. Perfekt. Na denn? Abfahrt. Vielleicht ist ja wieder... Da sind wieder ein paar Leute unterwegs. Hoffe ich. Okay. Okay. Oder auch nicht. Haben sie auch gedacht. Ach, scheiße. 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 Ja gut. Dann wird es doch eine kürzere Folge. Dann sehen wir uns, wenn ich eine Gruppe gefunden habe. Oder bis sich ein paar Leute mir angeschlossen haben. Dann sage ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.